Hallo, mein Name ist Max und das ist Part 12 meiner Arduino-Tutorial-Serie. In diesem Video zeige ich euch, wie man so ein 16x2-LCD mit nur zwei Input-Output-Pins des Arduinos ansteuern kann. Los geht's! Jeder kennt diese monochromen 16x2-LCDs und hat sie wahrscheinlich sogar schon einmal in einem Projekt verwendet und weiß daher, wie nervig das Verkabeln von zwölf einzelnen Pins ist und wie sehr es einschränkt, wenn man allein sieben Input-Output-Pins des Arduinos benötigt, um ein Display anzusteuern. Diese Menge an Pins braucht man, da man dem verbauten Display-Treiber normalerweise die anzuzeigenden Daten über ein paralleles Interface direkt ins Register schreibt. Dafür braucht man dann Pins, die das Register auswählen, den Read-Write-Mode umschalten, sowie das Schreiben starten und letztendlich die Daten-Pins, welche die Bits im Register ändern. Abhilfe schafft an dieser Stelle das E2C-Backpack. Das ist ein Modul, das über einen Chip verfügt, der genau diesen Job erledigt und sich um das parallele Interface zum Display kümmert. Mit dem Modul selbst kommuniziert man aber via I2C. Das ist ein serieller Datenbus, der mit nur zwei Datenleitungen auskommt und für die Kommunikation von ECs und Microcontrollern untereinander entworfen wurde. Er ist auch unter dem Namen Two-Wire-Interface oder kurz TWI bekannt. Man kann so die Anzahl benötigter Input-Output-Pins am Arduino von sieben auf nur zwei reduzieren. Außerdem benötigt man weniger Bauteile, weil das Modul das Potentiometer, das man normalerweise zum Einstellen des Display-Kontrasts verbauen muss, bereits integriert hat. Das Modul kommt übrigens auch mit größeren LCDs wie zum Beispiel einem 16x4-LCD klar. Gerade bei schnellen Prototypen, bei denen man nur mal eben etwas via Display anzeigen will, kann man so viel Zeit sparen. Die I2C-Backpacks findet man entweder als extra Bauteil oder aber schon direkt verlötet mit einem Display, zum Beispiel auf Ebay oder an anderen Orten. Der Suchbegriff hier ist I2C-Display. Um so ein I2C-Display nutzen zu können, benötigt man dann noch eine Library, welche sich um die Kommunikation mit dem Modul kümmert. Es gibt verschiedene zur Auswahl. Eine, die für mich gut funktioniert hat und die ich in diesem Video verwende, habe ich in der Videobeschreibung verlinkt. Nun aber erstmal ran an die Hardware. Etwas Verkabelung hat man noch zu erledigen. Ground wird mit Ground verbunden. VCC mit plus 5 Volt. SDA ist die eigentliche Datenleitung und wird beim UNO mit Pin A4 verbunden. SCL ist die Serial Clock und stellt den Takt bereit. Diese wird mit Pin A5 verbunden. An dieser Stelle muss man beachten, dass je nach Arduino Board, also UNO oder Mega oder auch Pro Mini, sich die Pins SDA und SCL an unterschiedlichen Orten befinden können. Für die häufigsten Bots habe ich eine Übersicht in die Videobeschreibung gepackt. Schauen wir uns nun die Programmierung an. Im Sketch inkludiert man als erstes die Wire Library und dann die Liquid Crystal I2C Library. Jedes I2C-Gerät am Bus benötigt eine eindeutige Adresse, über die es adressiert werden kann. Die Adresse unseres Displays wird dem Arduino beim Erzeugen eines Objekts vom Typ LCD mitgeteilt. Zusammen mit der Information, wie viele Zeichen pro Reihe und Reihen es besitzt. Keine Sorge, wenn ihr euch nicht sicher seid, welche I2C-Adresse euer Display hat. Meistens werden diese Displays mit der voreingestellten Adresse 0x27 ausgeliefert. Sollte euer Display darauf nicht reagieren, schaut euch einfach dieses Quick-Tip-Video von mir an, in dem ich zeige, wie man die I2C-Adresse eines beliebigen Geräts herausfinden kann. Ab jetzt ähneln die Befehle stark denen, die man auch sonst mit der normalen Liquid Crystal Library nutzt. Im Setup-Teil wird das LCD mit LCD Beginn initialisiert. Danach können mit LCD Print beliebige Texte direkt auf das Display übertragen werden. Weitere wichtige Funktionen sind LCD Clear, mit welcher man den Displayinhalt löschen kann, sowie LCD Set Cursor, mit dem man an einer bestimmten Stelle auf dem Display schreiben kann. Als letztes seien auch LCD Backlight bzw. LCD No Backlight erwähnt, mit welchen man die Hintergrundbeleuchtung des Displays jeweils an- bzw. ausschalten kann. Das ist vor allem dann praktisch, wenn man eine akkubetriebene Anwendung hat, bei der man einen Standby-Modus umsetzen möchte. Nun steht euch und eurem nächsten Projekt mit LCD nichts mehr im Weg. Das war's für dieses Tutorial. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, gebt ihm doch einen Daumen hoch und abonniert den Kanal für noch mehr spannende Videos. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020